Und dann Moinsen zum dritten Teil dieses Dreiteilers, also hoffe ich mal, dass ihr die ersten beiden Teile auch schon geschaut habt, Freiburg, Fanproteste und die VfB-News, hier Leverkusen und dann natürlich der Vorbericht zum Spiel gegen Mainz, das dann, wenn ihr es hochgeladen habt, für euch morgen ist, am morgigen Sonntag, aber zuerst Leverkusen gegen VfB, auch hier wieder Thema Doppelungen und Thema dass ich eben da schon viel angesprochen habe, was vielleicht hier auch nicht mit drin ist oder nicht vollständig mit drin ist, Spielfazit gab es, wie ihr es auch schon kennt, immer in den Stream-Highlights auch schon mit dabei, eben am Ende des Streams noch quasi aufgenommen, schon live im Stream, sag ich mal, und dann eben mit da drin, deswegen auch da schon viel mit dabei gewesen, natürlich sowieso über das Spiel live drauf reagiert, eh schon viel drin gewesen, deswegen gerne die Stream-Highlights anschauen, wer das noch nicht getan hat. Schon vom Spiel war klar, dass das ohne irgendeinen Disrespect an die anderen Vereinigten, die noch mit dabei sind, stehen alle völlig berechtigt da, wo sie stehen im Halbfinale oder eben bis ins VfB-Finale gekommen, dass das vorgezogene Finale ist, so ist ganz klar und das war es auch auf dem Niveau. Also Ito zurückgekehrt in die Startelf war interessant auf jeden Fall, also war klar, dass er dabei ist, Startelf fand ich schon durchaus überraschend fast, aber gutes Spiel gemacht, Ito sowieso geiler Typ, klar, es fällt ein bisschen schlechter weg dann am Ende des Tages, aber kommt ein bisschen schlechter weg, wegen dem 3-2, weil eben da sein Mann quasi weg war, er ein bisschen stellungsfehlermäßig hatte, wo man auch da eher sagen kann, dass Tah einfach auch einen geilen Laufweg macht, geiler Ball, deswegen aber ist eben sein Mann am Ende des Tages. Gerasi wäre auch fast dabei gewesen, aber eben noch nicht, das ist vielleicht gegen Mainz dann mehr ein Thema, die in Leverkusen noch nicht fit genug gewesen waren, Damen und so Geschichten, kommen wir zum Spiel und habe auch während dem Spiel die ganze Zeit schon geschwälgt, hatte auch vor dem Spiel und während dem Spiel über die meiste Zeit, sag ich mal, nach Abpfiff, nach dem 3-2, das war natürlich erstmal ein ziemlicher Bruch tatsächlich, ich sage auch ganz klar aus Emotionen heraus, aber sonst war ich schon in einer sehr großen Genießerhaltung, weil das war ja auch ein unfassbares Fußballspiel. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen Doppelungen zu verhindern, aber hier darf man auch trotz der Niederlage absolut schwelgen über diesen Dienstag, Dienstagabend. Der VfB hat geliefert, was Mittelstädt auch schon im Vorhinein gesagt hat, nach dem Freiburgspiel gesagt hat, dass eben auch Leverkusen wohl nicht fröhlich darüber sein wird, dass der VfB da anreist im Pokal, bei dem Thema, wie schwer es wird und so und ob man weiterkommen kann und sowas. Er sagt, ja, Leverkusen wird es auch kacke finden, dass gerade wir da hinfallen, hätten gerne auch was anderes gezogen wahrscheinlich und das hat man abgeliefert. Vor dem Spiel war leider auch schon was Richtung Schiedsrichter angebahnt, sage ich mal. Da ist auch sowieso klar, es geht nie gegen die Person, wie es auch generell im Fußball nie gegen irgendwie die Person geht, im Normalfall, sage ich mal. Wenn irgendein Spieler einen scheiß Pass spielt und du sagst, ey, scheiß Ito, dann war das scheiß Ito in der Funktion als Fußballspieler, den du anfeuerst und hat gerade einen scheiß Ball gespielt und nicht er als Person. Das sollte sowieso klar sein, aber auch immer wichtig in so Thematiken, sondern eben gegen die Leistung als Schiri. Die war auch grundsätzlich gut, bin ich voll dabei, die war wirklich in Ordnung, aber André, ich muss halt vom Platz. Da braucht man nicht drüber reden, die meisten sehen es auch so, die große, große Mehrheit sieht es auch so, auch nicht VfB-Fans sehen so gelb-rot. Das ist gelb-rot, stempelt da Mio von hinten drauf, alles Gesamtpaket, auch danach noch ein paar Dinger gehabt, die auch in die Richtung von taktischen Fouls gehen. Also, selbst wenn du sagst, gut, in der Szene lasse ich ihn vielleicht noch drauf und so im Lauf des Spiels, Anton darf das Spiel nicht zu Ende machen, fertig, aus, ganz klare Meinung. Und auch da, wir haben das Spiel gar nicht richtig mitbekommen, auch erst jetzt hier quasi in der Skripterei und so, links durchgucken und so weiter und so fort, muss ich auch sagen, ist schon immer ein Riesenaufwand tatsächlich. Aber sich immer ansammelt beim VfB, eben aktueller mit so einer Drei-Spiele-Woche, sage ich mal, ist schon ziemlich krass. Und da habe ich auch erst so richtig gemerkt und gesehen in so Twitter-Clips und so weiter, was der für eine Sicht hatte, der Kollege Schlager. Perfekte Sicht, Top-Sicht auf die Szene und trotzdem nichts entschieden. Das ist schon hart, was man ein bisschen auslegen kann im Sinne von, dass da auch der VAR oder generell die Regeln halt ein bisschen kacke waren für ihn, sage ich mal, auch für Schlager. Wahrscheinlich auch nach dem Spiel würde er auch sagen, ja, hätte ich gerne nochmal drauf geguckt. Aber darf er ja nicht, weil es gibt nicht die Regel, dass du dich gelbe Karten angucken darfst. Nur glattrote Karten, keine gelbe Karten, finde ich schade. Auch da werde ich mir drüber nachdenken, weil es ist absolut spielentscheidend sowas. Gelb-rote Karten sind absolut spielentscheidend. Ich verstehe ihn, er sagt, gut, dann überprüfe man ja jede gelbe und jede Szene. Ja, kann man so sehen. Ich finde, das ist eine übertriebene Haltung. Geht vor allem um die gelb-roten Karten. Und wenn du das entscheiden darfst, wenn da irgendwer sagt, schau nochmal drauf, dann fliegt er mit gelb-rot völlig zurecht. Vielleicht auch da Regelwerk ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Dann schmeckt das eben in Summe sehr bitter, muss man ja sagen. Auch wegen diesem Halbfinal letztes Jahr, 2023. Keine Elfmeter-Nachspielzeit, der ja vielleicht eine Verlängerung geführt hätte im Halbfinal gegen Frankfurt. War ja dasselbe Schiri. Und das legendäre Zitat, er will das Spiel so nicht entscheiden und sowas. Hat sich unbedingt beliebt gemacht, der Mann. Aber mehr will ich auch gar nicht darauf großartig eingehen. Ich glaube, die Szene ist sowieso klar. Das ist gelb-rot, hat halt nicht gepfiffen, ist halt scheiße. Geile Reaktion auf den Ausgleich auf jeden Fall. Direkt Postwenden quasi führe ich 1-2. Da bin ich auch komplett ausgetickt im Stream. Auch zu Recht, glaube ich, so ausgetickt, weil es war wirklich richtig emotional. Das habe ich richtig gefühlt. 1-1 Leverkusen. Denkst du, boah, schwer jetzt. Das schon geführt war, geil, jetzt kriegst du das 1-1 auch noch von dem Antrieb, der gar nicht mehr auf dem Platz stehen darf. Dann kommen die zurück, fangen mal Leverkusen. Ja, Auftaktfehler an, Auftaktfehler ab. Und dann führe ich auch noch so eiskalt in den Winkel reingejagt. Das Ding einfach, klar, kriegst du dann für einen Ausgleich. Auch so ein Thema, was auch in Undaf angesprochen hat. Kann man auch fairerweise ansprechen. Wobei du eben immer darüber sprichst, dass du eben in Leverkusen der Fall warst. Aber klar, kannst du natürlich sagen, wenn du zweimal in Führung gehst, solltest du schon Spiele nach Hause fahren. Aber wie gesagt, du warst halt in Leverkusen. Das ist halt immer noch, auch da mit einzubeziehen auf jeden Fall. Das ist halt Leverkusen so. So ist man halt auch immer dann, was sind es jetzt, 30 Spiele ungeschlagen oder sowas. Klar, ist immer auch verdient. Man spielt sich auch so Lucky Punches. Thema Augsburg, Thema Leipzig und sowas. Aber bleibt am Ende, wie es ja auch im Wort steht, einfach lucky. In dem Spiel, in der Situation dann auch. Trotzdem Wahnsinnsserie. Nur Respekt davor, ist auch ganz klar. Was auch wirklich heftig ist, auch da den Vergleich nochmal zu ziehen. Einen Tag vor dem Pokal. Einen Tag vor dem Pokalspiel hat sich das unterirdische 0 zu 2 die Pleite gegen Werder Bremen unter Labbadia im heimischen Stadion gegärt. Also ein Jahr her halt, einen Tag vor dem Pokal. Und jetzt spielst du so ein Spiel unter Hoeneß beim Tabellenführer, beim alles überragenden Tabellenführer. Spiel, so ist es so eine Partie über 90 Minuten. Diese Entwicklung von dort bis von 0 zu 2 gegen Bremen zu ein Jahr später so ein Spiel ist unfassbar. Die Entwicklung unter Hoeneß ist unfassbar. Und deswegen auch hier auch ganz klar hervorzuheben und ganz dick zu unterstreichen. Einfach nur stolz, ganz klar. Und dazu muss man auch dazu sagen, generell muss man ja sagen, Leverkusen in Sachen Saison, in Erwartungshaltung, Tabellenregion, wo landet man. In Sachen Kader, in Sachen finanziellen Möglichkeiten, Transferfenster, dies, das, war von Beginn an. Und ist auch immer da Favorit gegen uns. Das ist ja auch ganz klar, wie wir da mitgehalten haben. Auf Augenhöhe gegen die, bockstark. Auch Alonso-Aussagen waren richtig schön. Natürlich helfen sie nix, bist trotzdem raus. Aber einfach trotzdem schön, haben wir auch eine Aussagekraft. Die beste Mannschaft, gegen die sie in einem Heimspiel gespielt haben. Also die beste Aussatzmannschaft bei Leverkusen die Saison. Absolut geil. Da muss man sagen, Alonso sowieso auf Bekars und so weiter und so fort. Geiler Typ, so eine Coolness in dem drin. Denn der hilft auch viel dem Ansehen von Leverkusen, würde ich mal stark behaupten. Macht das ganze Ding auch ein bisschen feierbarer noch. Dass da halt ein Alonso sitzt, ist ja auch ganz klar. Leverkusen hat sich auch jetzt alle vier Pokalspiele in der Historie in der Bilanz gegen uns gewonnen. Also die sollten wir nicht mehr so häufig ziehen, bitte, im Pokal. Antons Insta-Post war auch geil. Hat er auch so geschrieben, so formuliert. Und wenn wir rausfliegen, dann so. Auch das hilft nicht, bist raus. Aber auch das zeigt nochmal den Spirit in der Mannschaft. Geile Aussage. Wenn wir rausfliegen, dann so. Wenn schon, dann spielen wir auch richtig geil. Und wenn schon, dann halt mal knapp. Dann halt mal, ja, Lucky Punch, bitter. Aber dann so, dass wir darauf stolz sein können. Absolut geile Aussage. Respekt auch von ihm an die Fans. Dank an die Fans. Die haben abgeliefert auf dem Dienstagabend in Leverkusen. Auch bockstark gewesen. Auch sonst generell, wie immer, sehr faire Stimmen zum Spiel. Sehr gut. Ja, auch einfach alles Einbeziehende und Einordnende Stimmen, wie immer. Ob es Hönes ist, ob es die Spieler sind, ob es ein Wohlgemut ist. Das gibt jedes Mal aufs Neue wieder ein gutes Gefühl. Undav hat ein bisschen für Aufregung gesorgt mit einer Aussage, die ich geil finde, die Aussage. Plus finde ich es auch geil, wie viel sie davon getriggert haben. Absolut übergeil. Deswegen könnte mir die Aufregung drumherum auch nicht egaler sein. Hat eben gesagt, die es die besten zwei Mannschaften in Deutschland miteinander gespielt haben. Natürlich meinte er spielerisch. Natürlich meinte er vom Ansehnlichen, vom Attraktiven gehe ich auch aktuell voll mit. Ich finde, das ist interessant. Das ist attraktiver. Thema Magath im anderen Video. Oder vorhin quasi. Wie es jetzt hier schaut. Nach dem Motto, das Rumgeschiebe bei den Bayern ist unattraktiver als beim VfB. Gehe ich auch mit. Und bleibe ich auch dabei. Ist auch meine Haltung. Natürlich trotzdem sehr viele Bayern-Fans sich haben triggern lassen. Guck mal, wer ist trotzdem zehn Punkte hinter uns? Und wo war denn die beste Mannschaft bei dem 3-0, als wir gewonnen haben gegen euch in der Hinrunde? Die ganzen Geschichten. Einfach genial, wenn man da so einfach triggern kann. Läge natürlich auch im Social Media, dass es auch so groß wird. Auch da wird es genug Bayern-Fans geben, die es verstanden haben und so. Aber natürlich auch einfach den Teil zu triggern, auch immer wieder mal witzig. Und deswegen finde ich die Aussage von UNRF auch völlig in Ordnung. Weiterhin. Auch durch das Spiel, habe ich ja schon angesprochen, angekündigt quasi, kam das Thema Nationalmannschaft wieder noch mehr auf. Völler hat ja auch seine Rolle dort. Hat auch schon gesagt, dass einige dabei sein werden wohl bei der nächsten Nominierung. Also vom VfB logischerweise. Und da kam man jetzt auch immer mal kurz durch. Ohne Fanbrille haben ja auch viele andere Leute aus anderen Fanbases, andere Fans, wie auch immer. Auch die stimmen natürlich logischerweise zu, weil es geht am Ende des Tages um Leistungsprinzip. Von welchem Verein sie kommen, sollte egal sein. Kann man auch da manchmal anzweifeln. Aber Leistungsprinzip-mäßig. Und da kann man wirklich ganz auf Ernst, ganz ohne Fanbrille einige ansprechen. Von hinten nach vorne einfach. Nübel. Schwieriges Thema. Noch nicht, glaube ich nicht. Auch nicht als dritter Keeper. Einfach zu viel Konkurrenz auch. Und als dritter Keeper, klar, vielleicht cool für sich, für die Vita. Aber wenn du nicht als erster Keeper zockst, hast du, glaube ich, auch nicht die Riesenrolle. So würde ich mal naiv sagen. Wagnoman noch nicht, würde ich sagen. Er war schon mal dabei. Aber noch nicht aktuell. Der muss noch ein bisschen mehr liefern. Aber auf Strecke gesehen auf jeden Fall. Weil Außenverteidiger-Position. Er ist ja auch immer noch jung und wirkungsfähig. Außenverteidiger Deutschland. Schwieriges Thema. Also auf Strecke 100%. Und er war ja auch sogar schon mal nominiert unter Labbadia-Zeiten noch. Anton, definitiv, gar keine Rede, überhaupt keine Diskussion, null mehr. Der muss, er muss, er muss. Es wäre komplett respektlos, wenn er wirklich noch mal nicht mit darf in der Nationalmannschaft. Ganz klar Geschichte. Mittelstädt, selbes Thema wie Wagnoman. Nur dass Mittelstädt natürlich aktuell noch besser ist als Wagnoman. Der war auch gut in Leverkusen auf jeden Fall. Ich habe ja auch manchmal hier und da meine Kritik an ihm. Aber der war auch echt stark dann. Aber auch durch den Seitenwechsel mit Mittelstädt, weil er auch gelb verwarnt war. Da hat er es auch echt gut gemacht dann, Wagnoman auf seiner Seite. Mittelstädt muss eigentlich auch ein Thema werden. Wie sagt man, dasselbe Argumentation wie bei Wagnoman. Außenverteidiger in Deutschland rar gesät. Und der macht das gerade so geil, so geil. Ich glaube, er würde es auch komplett leben, wenn er wirklich nominiert werden würde. Also auf jeden Fall auch sehr interessant, der. Ich glaube nicht, dass er jetzt nominiert wird, aber auf dem Zettel auf jeden Fall. Karasor eigentlich schon auch auf dem Zettel, auf dem erweiterten Zettel, wie auch immer. Weil er auch wirklich gut ist, auch oft unter dem Radar läuft, auch wichtig ist für uns. Ich glaube, so vom Profil her, sag ich mal. Du hast im Mittelfeld eh schon ein bisschen was dazu. Das ist auch keiner mehr, der nur das Talent oder sowas nennt. Auch schon ein bisschen älter. Wirkt auch so, als wäre er oft noch underrated, beziehungsweise auch für das große Ganze. Irgendwie oder für den großen Blick von Bundesliga-Fans oder wie auch immer, sag ich mal. Auf ihn auch nicht so groß auf dem Radar einfach. Deswegen glaube ich irgendwie nicht so ganz dran, dass der irgendwie groß jemals, ja, dann Thema wird in seiner Mannschaft tatsächlich. Obwohl er eigentlich auch Leistungen bringt. Stiller definitiv auch absolut kein Dat. Ich glaube nicht, dass er nominiert wird jetzt erstmal. Wie gesagt, im Mittelfeld ist auch noch einiges andere oder einige andere Spieler. Auch manche, die eben auch so ein bisschen noch ihren Status da haben, wie auch immer. Aber der ist ja auch noch so jung im Vergleich zum Beispiel zu einem Karasor. Jung, entwicklungsfähig. Deswegen der auf Strecke gesehen 100% auch ein Thema. Führig dürfte eigentlich auch mehr oder minder sicher sein. Der war jetzt auch, glaube ich, schon zweimal dabei. Also einmal auf jeden Fall. Ich glaube auch noch ein zweites Mal nochmal. Deswegen der auch sicher ein Thema. Absolut. Mal gucken, ob man ihn wieder mitnimmt. Aber auf dem Zettel ist er auch so 100%. Und Undaf wurde schon angesprochen. Da hieß es ja schon, der kriegt das sehr, sehr sicher. Zugesichert von Nagelsmann. Da fällt auch kein Weg dran vorbei. Deutscher Stürmer vorne drin. Undaf mit den Werten. Und der muss sowieso sicher mit. Genauso wie Anton. Die beiden sind wirklich überhaupt nicht debattierbar. Die beiden müssen mit. Die anderen wäre natürlich noch ein schönes Goodie obendrauf. Da muss man auch sagen, von Kaderplanung her und so weiter. Weil Thema Bayern München zum Beispiel auch immer die großen deutschen Nationalspieler haben wollten. Oder haben wollen. Wie auch immer. Es ist auch natürlich ein Ding in der Bundesliga als deutsche Mannschaft. Dort in der Bundesliga so viele deutsche Startspieler bei dir zu stellen in der Startelf. Plus eben auch dann möglicherweise zwei, drei davon in der Nationalmannschaft zu stellen. Ist auch natürlich ein dickes Lob und auch ein dickes Statement für die Arbeit, die geleistet wird. Für die Kaderplanung und so weiter. Für die Entwicklung von VfB. Deswegen auch das. Einfach nur stark. Kommen wir zum letzten Punkt. Nämlich VfB gegen Mainz. Sonntag. Morgen für euch. Also 15.30 Uhr weiter in der Liga. Beide unter der Woche gespielt. Also keiner irgendwie Vorteil, Nachteil. Wie auch immer. Wir Dienstag im Pokal. Mittwoch Nachholspiel für Mainz gegen Union. Brutal wichtig im Tabellenkeller. Aber ein 1-1. Nicht immer mehr hinausgekommen am Ende des Tages. Aber auch da später. Auch da wäre mehr möglich gewesen, glaube ich, gegen Union. Da waren sich, glaube ich, auch die Mannschaften, die näher dran war. Kommen wir später darauf zu sprechen, dass das wirklich ein Thema ist bei Mainz 05. Ab zur PK und Aufstellung erstmal. Mittelstädt steht bei vier gelben Karten. Muss erstmal aufpassen bei ihm. Oder wäre eben gesperrt mit einer fünften dann. Für ein Spiel. Das war bisher auch nur bei Karaso der Fall. Sonst sind wir ja in Sachen Karten. Auch das später nochmal. Ja, komplett tief. Oder sehr, sehr, sehr wenig auf jeden Fall. Keine ruppige Truppe oder irgendwas in der Form. Auf der PK dann auch ein kleiner Schock. Im Sinne von großen Namen auf der Kippe. Jong ist erstmal zurück. Gut in Form auch. Schon mal schön zu hören. Rohe spielt jetzt auch mit Maske. Aber er spielt weiterhin alles in Ordnung dort. Gerasi ist nach Magen-Darmes auch dabei. Hoeneß sagte, er sei zuversichtlich. Aber ist eben noch nicht 100% sicher, dass er auch spielen kann. Auch da ist das Thema, ist das dann 100% sicher zum Thema Startelf. Ist das 100% sicher zum Thema Kader und Bank. Auch das wieder ein Thema. Nübe ist bei einer Parade im Training mit einem Pfosten geknallt. Auch da muss man nochmal schauen und abwarten. Vielleicht sogar wieder Thema für Bredlow dann. Wenn es ganz, ganz schlimm endet. Für Nübe, sage ich mal. Und das Kritikste wahrscheinlich. Underv hat noch nicht trainiert seit Leverkusen. Hat muskulär reagiert nach dem Leverkusenspiel. Also hat bis zum Freitag nicht trainiert. Da muss man auch schauen. Und auch gesagt, Hoeneß, ob es eben reicht für Sonntag. Der Hut wurde gelobt. Qualitätsspieler zugewonnen. Absolut richtig. Also ab in den kurzen Blick, in eine mögliche Aufstellung. Denke, oftmals sind das ja eher nur, ja, ich sag mal, Nebelkerzen oder irgendwas in der Form. Also, was ich damit sagen will, oftmals ist ja so, dass so Aussagen kommen. Erstmal, boah, fuck, wenn der ausfällt, wenn der wirklich ausfällt. Und gefühlt, die 90 Prozent der Fällen fallen sie dann wirklich nicht aus. Das ist erstmal überdramatisiert. Am Ende reicht es dann doch immer noch. Oft, wenn es heißt, oh, auf der Kippe, auf der Kippe, dann reicht es doch noch sehr, sehr oft. Deswegen bin ich da erstmal positiv, dass das für Nübel auch reicht. Sonst ist das eben Bredlo. IV kann es eh genauso nochmal stellen. Ito, Anton, Roh, gibt nicht viel andere Wahl. Jetzt natürlich, gerade wo Ito zurück ist, ist auch in Stergio eher wieder ein bisschen im Nachsehen oder eher auf der Bank eben. Mittelfeld auch. Ist auch ganz klar, Mittelstädt, Wagnermann, Stiller, Karasor. Ich sehe es noch nicht, dass in Dahoud irgendwie in irgendeiner Form da mal reinrückt, jetzt schon mal in der Startelf, aber perspektivisch ja vielleicht mal. Führig und Mio eigentlich auch mehr oder minder gesetzt, außer da sagt man jetzt, Führig wurde auch einen Ticken früher runtergenommen. Bei Mittelstädt ist es ja auch so ein bisschen angeschlagen war nach Freiburg, wie ja auch bei Führig. Vielleicht sagt man auch da, vielleicht nehme ich es jetzt sogar wirklich mal auf die Bank, schonen es ein bisschen, dann kann ich natürlich da auch ein Dahoud oder sowas mal reinrutschen. Aber sonst vom Ding her eigentlich erstmal Führig und Mio, ist ja ganz klar. Und dann ist eben die Frage, wie es mit Gerasi und Undaf aussieht. Denk mal, einer wird es packen. So simpel denke ich mir das, einer wird es packen. Deswegen, da tanziere ich vielleicht sogar eher noch zu Gerasi. Bei Undaf klingt es noch ein bisschen schwieriger. Gerasi vorne rein, Undaf erstmal auf der Bank. Vielleicht auch andersrum. Aber ich denke, einer wird es schon packen, sonst muss man wahrscheinlich echt da vorne ein Leverding oder sowas reinstellen. Dann wäre er nochmal ein Platz frei, da hinten in der Region von Führig und Mio. Deswegen könntest du ja vielleicht nochmal auch einen Jong bringen oder sowas. Deswegen auch da. Vielleicht wird es kreativ. Ich hoffe mal und ich glaube auch nicht. Ich glaube, die meisten werden davon schon einsatzfähig sein. Hoeneß sagt auch ganz klar, kommen wir zum Gegner. Bei Mainz, dass man da ein bisschen wegblicken muss von der Tabelle. Lassen wenig zu, investieren unglaublich viel, führen viele und harte Zweikämpfe. Man braucht eine Top-Leistung, muss bereit sein, ans Eingemachte zu gehen. Und genau diese Ansage braucht es auch. Die ist wichtig. Musst du auch bei mir ehrlicherweise so ein bisschen aufpassen, sag ich mal. Nach so einer Leistung wie jetzt, oder so Leistungen wie Leipzig, wie Freiburg, Leverkusen nichts zu überdrehen. Das ist ja auch ganz klar. Man sollte natürlich klar Mainz mit solchen Leistungen, dass du Mainz schlägst. Das ist auch gar nicht abgehoben oder irgendwas in der Form. Es ist aber eben nicht gegeben. Es ist nicht vorausgesetzt, wird dir nicht geschenkt. Deswegen finde ich die Aussage sehr, sehr wichtig. Und damit kommen wir auch schon in die Einspieler. Auch da wieder Podcast statt, Donnerstag, 16 Uhr, reinhören. Nicht getan, dann jetzt gerne reinhören. Und hier wieder ein paar ausgewählte Fakten, Statistiken und so weiter und so fort, die ich auch da eingebracht habe. Natürlich das volle Ding im Podcast. Wir haben eine gute Bilanz aktuell gegen Mainz. Insgesamt letzte sieben Spiele, also heim und auswärts, reingerechnet, nicht verloren gegen Mainz. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. War ja auch eine Hinnrunde beim 3-1-Auswärtssieg, der Gerasi-Show mit dabei im Ausflug. War auch total geil in Mainz. 40 zu 11 Punkte. Spricht auch eine absolut klare Sprache tabellarisch. Platz 3 gegen Platz 17. Heim-Tabelle, Platz 3 gegen Auslustabelle, Platz 11. Wir haben bisher nur ein Heimspiel verloren und aus den neun Heimspielen sieben gewonnen. Kommt auch das eine Leverkusen-Unschieden dazu. Also auch eine brutale Heimbilanz, brutale Heimmacht aktuell und auch das eine Spiel, das wir verloren haben. Hoffenheim darf es im Leben nicht verlieren. Hilfet mir nicht, ist eine Niederlage auf dem Papier, aber auch das war jetzt nichts, wo wir irgendwie verdient verloren hätten. Auch das hätte eigentlich unschieden oder vielleicht sogar eigentlich auch eher Sieg sein müssen. Damals also Heimbilanz oder Heimspiele bei uns sind absolut das Brett aktuell in der Saison. Mainz in der gesamten Saison nur ein einziger Sieg, ein Heimsieg. Also daraus wird es noch nie gewonnen. Ein Heimspiel gegen Leipzig müsste es glaube ich gewesen sein. Damals erstes Spiel vom Interimstrainer, jetzt dann eben auch aktuell angestellten Trainer Anfang November. Also auch eine lange, lange dürre Phase stecken. Deswegen ja auch nicht ohne Grund, vielleicht 17 ist ja auch ganz klar. Aber und darauf schaue ich ja auch gerne. Auch das wird auch Hoeneß in dem Sinne angesprochen haben mit dem ein bisschen Wegblicken von der Tabelle auch. Die Expected Points Tabelle, was drin ist statistisch, dies, das, Expected Goals, Expected Goals Against und so weiter und so fort, die knallt rein. Und zwar ordentlich bei Mainz. Mainz ist die Mannschaft, die mit Abstand am meisten unterperformt. Da redet man nicht von ein paar Pünktchen. Das, was nach Mainz kommt, um so ein bisschen dramaturgischen Bogen aufbauen hier, was nach Mainz kommt, also die Mannschaft, die am zweitmeisten unterperformt, ist Darmstadt mit 5,4 Punkten weniger. Wir sind auch irgendwie gar nicht mehr so schlecht dabei in dem Sinn, irgendwo mit 4 oder so 4 Punkten weniger als zu erwarten war. Bei uns wäre auch sogar mehr drin gewesen, obwohl wir so weit oben stehen. Aber ein anderes Thema. Mainz 14,46 Punkte weniger als zu erwarten war nach dem Unionsspiel mit eingerechnet. Das sind 5 Siege. Das sind fast 15 Punkte. Das sind 5 Siege, die sie eigentlich mehr auf dem Papier haben könnten. Statistisch, dies, das. Wenn man die Frage, wie weit man das mit reinbezieht, inwieweit man dem eine Aussagekraft gibt, ich finde das immer interessant und gibt ihm auch eine Aussagekraft, das ist brutal. Das ist auch nochmal 10 Punkte Unterschied fast zwischen dem zweitgrößten und dem Performer. Also Mainz ist schon wirklich heftig. Vor allem eben die wenigen eigenen Tore sind das Problem. Beim Tore kassieren ist eigentlich okay, da sind sie irgendwo im Mittelfeld, glaube ich. Aber eben das Tore schießen ist das Problem. Schießen, glaube ich, die zweitwenigsten Tore in der Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beide sind insgesamt gewonnen, in Zweikämpfen stark. Viele Duelle, auch das wird wieder ein bisschen rassiger werden vielleicht am Sonntag. Mainz auch wieder eine Mannschaft, wo es auch da dasselbe Thema, wo es ruppig werden könnte. Thema Schneid abkaufen und so weiter. Dagegenhalten, wie Hönes das ja auch gesagt hat, dass man da ans Eingemachte gehen muss. Das wird man wirklich tun müssen. Generell gegen Mannschaften im Abschießkampf ist sowieso, glaube ich, auch dann eben gegen Mainz auch statistisch belegt. Gegen Mainz, die begehen die meisten Fouls in der Liga aus den 18 Klubs, sind geteilt Zweiter in den Karten, also kassieren die zweitmeisten Karten in der Liga. Wir sind da Letzter bei den Karten. Und bei den begangenen Fouls sind wir 15. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Schiri in der Hinsicht auch nochmal mit reingenommen, ganz kurz. Im Thema Fouls und so weiter würde ich sagen, schon mal gute Nachrichten, nämlich Eitigen angesetzt, wahrscheinlich mit der beste in Deutschland aktuell. Deswegen bin ich da auch schon mal beruhigter als vor Dienstagabend, sage ich mal. Aber auch da will ich gar nicht mehr drauf eingehen als notwendig. Das Spiel wird ausverkauft sein im Heimbereich. Das ist ja auch klar mittlerweile, aber immer wieder schön anzusprechen auch. Klassiker in Infos ist halt wieder frühe Anreise, dies, das. Laut Bild ist vielleicht sogar schon das ein Endspiel für den Mainz dran, obwohl er nur sechs Spiele gemacht hat bisher. Deswegen mal gucken, wie viel da wirklich dran ist. Irgendwie wäre es auch in dem Sinn, auch das wäre doch völlig unabgehoben oder so was, aber in dem Sinn unfair beim Tabellendritten oder so, dir ein Endspiel hinzubauen. Deswegen mal gucken, wie viel da wirklich dran ist. Prognosemäßig übe ich mich in Zurückhaltung, weil das könnte natürlich eklig werden. Das könnte eine Mannschaft sein, die uns mit ihrer Art stört. Wir haben es auch schon bewiesen, dass wir es packen können oder gepackt haben. Thema Darmstadt, Thema Köln, Auswärtsunion. Also soll es auch gar nichts gegen uns sein oder so, aber vom Ding her sind es Mannschaften, die uns eher wehtun können als Mannschaften, die, ich sag mal, mitspielen, die uns in Räume geben, dies, das. Der Klassiker können einfach eine Mannschaft sein, die uns mit ihrer Art stört und so offensiv, wie es Hoeneß angesprochen hat, ist das auch da ein Thema logischerweise. Dazu logischerweise auch das wieder absolutes Positivbeispiel, absolutes Pluspunkt für uns, habe ich vorhin auch schon angesprochen, ist halt das Thema Heimspiel. Es ist ein Heimspiel gegen uns. Mainz ist aktuell in so einer, wie ich auch vorhin angesprochen habe, in Sachen anderer Performance, die ist das. Mainz ist gerade in so einer Phase, die brauchen mal so ein Spiel, wo es halt Klick macht, wenn man mit dem ersten Chance das Ding dann drin ist und sowas. Hoffen wir einfach mal, dass es am Sonntag noch nicht der Fall ist. Normalerweise wird es das auch nicht, weil eben auch hier nochmal weitere positive Argumente, die Jungs werden heiß sein. Gerade nach dem Pokal, vielleicht auch so eine gewisse, zumindest in mir ist er auch drin noch so ein bisschen, deswegen tippen wir mal in den Spielern sowieso auch eine gewisse Art von positive Wut, positive Frust übers Bittere Ausscheiden, wie auch immer im Bauch. Habe auch schon Bock, diese Jungs wirklich mit Stolz zu empfangen vor der Kurve, wenn sie kommen, gefühlt nochmal, noch ein bisschen mehr Applaus, noch ein bisschen mehr mit Inbrunst rein, eben nochmal Würdigung für dieses Spiel in Leverkusen, auch wenn man da ausgeschieden ist, aber wie gesagt, das war schon richtig, richtig groß, deswegen, ich habe es auch schon gesagt, ich versuche mich hier ein bisschen zurückzuhalten, im Sinne von, ja, musst du gewinnen, musst du gewinnen, aber brauchen wir nicht groß drum herumreden, beim Thema Platz 3 gegen Platz 17, 40 Punkte, die ersten Sätze, logischerweise auch Richtung Stuttgart International gegen Europa League, in Richtung Champions League und sowas, habe ich ja vorhin auch angesprochen, die Rechner rein und so Geschichten, dann ist das halt in der aktuellen Lage ein Pflichtsieg, auch wenn manche den Begriff Kacke finden, ich finde auch schwierig so, so auch das nicht irgendwie, keine Ahnung, abwertend gegen Mainz oder sowas, aber es ist halt in der aktuellen Lage ganz klar ein Pflichtsieg, Voraussetzungen, alles spricht eigentlich für uns, deswegen auch der Tipp, 3 zu 1, wie im Hinspiel und mal gucken, wenn er spielt, vielleicht wird auch wieder Gerasi der Matchwinner, bisschen länger nicht gespielt bei uns, vielleicht will er auch nochmal seinen Stempel zeigen, hier auf jeden Fall, auch klar, die beiden ergänzen sich sowieso, aber vielleicht auch so ein bisschen intern, so auf Witz, so witzig gemeint von mir auch, auf intern so ein bisschen, jo, jetzt hat Gunnar für ein paar Wochen Show gehabt, vielleicht fällt er sogar aus gegen Mainz, Gerasi zurück, zeige ich mal, dass ich auch Show liefern kann, vielleicht wird er auch wieder Matchwinner, wenn er denn spielt, gegen Mainz am Sonntag, am morgigen Sonntag, 3-1 mein Tipp, gerne wie immer auch eure Meinungen, eure Tipps und so weiter, ja, eure Haltung vom Spiel gegen Mainz und so weiter und so fort, alles in die Kommentare gerne und zum Abschluss wie immer auch noch der restliche Spieltag getippt, der 21. Was soll ich da sagen, im Tippen habe ich meine Leistung bestätigt, muss ich auf jeden Fall so sagen, wieder 18 Punkte gemacht, letzten Spieltag, sehr, sehr ordentlich für mich, Freitagabendspiel war natürlich schon, habe ich auf 3-1 getippt leider, Freiburg das Tor gegeben, haben sie nicht gemacht, knapp daneben 3-0, jetzt die Tipps, die natürlich noch nicht passiert sind, bevor ich sie hochgeladen habe, Union 1-0 gegen Wolfsburg, was natürlich Wolfsburg komplett in den Bruch schicken würde, Frankfurt 2-1 gegen Bochum, Gladbach 3-1 gegen Darmstadt, Heimsieg, Bremen 2-1 gegen Heidenheim, da würde der Höhenflug komplett weitergehen, Augsburg 1-1 gegen Leipzig, bisschen Risiko, absolut, aber Augsburg hat es zu Hause schon bewiesen, gegen Bayern, gegen Leverkusen, dass sie da, klar haben sie jeweils verloren, aber sie waren nah dran und vielleicht nehmen sie sogar Leipzig einen Punkt ab dann oder zwei dann in dem Sinne, Leverkusen 2-2 gegen die Bayern, das war schwierig, weil ich kann es mir tatsächlich irgendwie auch vorstellen, dass die Bayern in dem Sinne wie gegen Dortmund und so Geschichten halt ihre Machtdemonstrationen rausholen, andererseits ist das das ungeschlagene Leverkusen, die führt auf alles eine Lösung, Lucky Punches haben sie drin, im Hinspiel ja auch, Lucky Punch in München gehabt mit dem 2-2, wo ja auch noch mehr Vorteil pro Bayern ist, weil Heimspiel halt, die sind schon gefestigter, also diese typischen Top-Spiele gegen Dortmund, da sei es zu Hause, sei es auswärts, deswegen gehe ich da mal tatsächlich auf den Unentschieden, genau sei es Leverkusen wieder irgendwo Lucky Punch setzt, 2-2 habe ich da getippt, mich wird es aber nicht wundern, das mit dem Zusatz, mich wird es nicht wundern, wenn die Bayern da wieder einen Stempel aufdrücken wollen, irgendwie 1-3, 1-4 auf einmal, ganz random Gewinn, würde mich nicht wundern, aber mein Tipp ist 2-2, VfB, 3-1 gegen Mainz, gerade schon gesagt, und zum Abschluss noch Hoffenheim gegen Köln, ein 1-1, was ja auch keinem so richtig weiterhilft, natürlich Köln ein bisschen mehr im Abschiedskampf, die brauchen die Punkte, Hoffenheim ist ja mehr oder minder ein bisschen im Niemandsland, würde ich mal gerade sagen, und da muss ich jetzt sagen, wie gesagt, Risikotipp bei Leipzig, Leverkusen ein bisschen schwierig, aber sonst ein Spieltag, den ich eigentlich recht locker, ja, aus der Hand raus tippen konnte, so, muss nicht so viel drüber überlegen, heißt natürlich auch nichts, kann sein, dass natürlich alles, was ich hier von der Hand aus und locker raus getippt habe, kompletter Bullshit ist, deswegen mal gucken, was dabei rumkommt, und damit sind wir am Ende von dem Dreiteiler, ich hoffe, ihr habt natürlich alle drei Teile auch schön durchgeschaut, mal gucken, ob durcheinander, ob in der Reihenfolge, wie auch immer, ist ja egal, dann bei den drei Videos, ist es wahrscheinlich gewesen, warum ich es in drei aufgeteilt habe, in dem Fall wieder mit Video dabei, hoffe natürlich auch, dass das gefallen hat, und auch natürlich, dass das funktioniert hat, Thema Fokus, dies, das, aber ich glaube, das dürfte diesmal besser aussehen, ich habe schon ein bisschen reingeschauen können, in ein paar Dateien, ich hoffe, das ist über die Fallstrecke auch so gewesen, werde ich es auch gleich erst im Schnitt rausfinden, wie immer, habt ihr hoffe ich eh schon getan, überall Kommentare da lassen, Meinungen da lassen, dies, das, ganz klar, was ich vergessen habe, in anderen beiden Videos, euer Profi-YouTuber, Hobby-YouTuber, an der Stelle, ist natürlich ganz klar, wie immer, gerne kostenlos Like und kostenlos ein Abo da lassen, sind ja in irgendeiner Form schon auf dem Weg zu den 10.000 im weitesten Sinne, wäre schon so das nächste, der nächste Step, das nächste Ziel, deswegen, hätte ich auch mal ansprechen können, in den letzten beiden Videos, deswegen dann hier vielleicht mal noch ein, zwei Sätze länger, dann wie immer, natürlich vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt muss ich auch nicht sagen, nur fürs Zuhören, sondern auch fürs Zuschauen, diesmal habe ich auch mein Gesicht noch mit dabei und dann morgen meins, ich habe Bock drauf, habe das hier in so einer Art Nachtschicht gemacht, deswegen auch da vielleicht der ein oder andere Haspel, den ich gerne mal drin habe, auch generell, aber in dem Sinn da auch das spaßig gemeint, natürlich sei da vielleicht mal ein bisschen entschuldigt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.